Hey, kennt ihr schon meine Base von CraftAttack10? Die Base hat einen extrem explosiven Eingang, denn dafür brauchen wir erstmal TNT, das automatisch beschworen wird. Danke übrigens an Joe. Wir haben einen unglaublich coolen Eingang, besitzen zwei Warden, die hier wachen, haben ein gigantisch großes Lagersystem, das komplett automatisiert von vier Seiten ansteuerbar ist, eine komplett automatisierte Smattery, die sogar mit einer einzigen Shulkerbox funktioniert und dazu eine Moos Farm, die hier schon seit mehreren Monaten weiterläuft.